Wir wollen doch noch nicht nach Hause. Oh, Twilight Plains. Richtig schön hier. Also ich glaube, wir sind fast zu Hause. Was passiert, wenn wir hier runterfallen? Oh, gar nichts. Gar nichts passiert dann. Auch gut, wenn gar nichts passiert. Jetzt laufen wir wieder eine Weile geradeaus. Ruft unsere Mama uns eigentlich nochmal irgendwie so? Hm. Hm. Okay. Bis zu diesem Hügel sind wir vorhin auch schon gekommen. Seht ihr das gleich wie ich? Ich sehe Schneeflocken, an die wir noch gerade nicht rankommen. Warum kommen wir da nicht ran? Wir müssen da hoch. Oh, komm. Helf uns da rüber. Ist das jetzt dein Ernst? Warum kommen wir da nicht hin? Weil hier können wir nicht lang. Ehrlich nicht? Können wir da nicht hoch genug fliegen? Nee. Warte, wir kommen da noch nicht hoch. Also wir können hier so oder so nicht lang. Das finde ich ja jetzt gemein, ne? Komm, wir gehen schmollen. Wir gehen wieder zurück. Oh, ein Elf. So wird das gemacht. Ach, so läuft das. Aber natürlich. Ich verstehe. Danke, lieber Elf. Kann ich dir irgendwie helfen, dich da rauszuziehen oder so? Nein? Okay. Dann halt nicht. Oh je. Es ist glatt, Leute. Bäh. Was verlangt ihr denn hier von mir? Guck mal, mittlerweile haben wir wieder so viele Schneeflocken eingesammelt, dass wir mittlerweile hier darüber fliegen könnten, ne? Nein! Ja, aber natürlich wieder ganz nach unten. Ganz nach unten. Ganz so weit doch, ja? So, erst hier hin. Dann da hin. Dann hier hin. Und da rüber. Dann da hin. Hui. Na also, so geht das. Uah! Der ist ja gemein. Dieser blöde Wind. Finde ich ja unfair jetzt, ne? Ist der, wenn es da einfach rauspustet, finde ich echt nicht so ganz fair. Genau. Wir kriegen das hin. Wir sind gut. Wir schaffen das. Wir müssen an diesem blöden Wind da oben vorbei. Ui! Sehr schön. So wird das gemacht. Huah! Wir haben es geschafft. Das ist Schnee, da kannst du drauflaufen, Kleiner. Ganz schön glatt. Warum sind wir auf den obersten Gletschern? Marvin? Ungezogener Bursche, du. So, Achtung. Das ist sehr tückisch, dass man da wieder runterfliegt. Achtung. Aha. Ich wusste doch, ich hab was gesehen. Das könnte auch quasi der letzte Ort vor unserer Heimat sein hier, denke ich. Man merkt ja auch, dass Mama uns schon ganz schön lange nicht mehr gerufen hat. Hat sie uns einfach vergessen? Schlitten? Ja, aber in die andere Richtung, oder nicht? Nicht in die Richtung, die wir wollen. Ne, da kommen wir nicht hoch. Sicher, dass wir den Schlitten verwenden sollen. Ui! Dann rollen wir nämlich eine Runde rückwärts. Aha. Und komplett nach unten. So. Und da wollten wir nicht hin. Da wollten wir eigentlich nicht hin. Aber wenn er will, dass wir rodeln. Ah, zwergen wir dir jetzt. Elf. Entschuldigung. Elf. Und hoch. Der ist Gletscherdingen. Oh nein, jetzt kommen wir wieder hier. Huch, warum fliegt der denn nicht? Kleiner Marvin, verlernt doch nicht das Fliegen jetzt so, wo wir gerade auf der Ziellinie sind. Aber gleich sind wir zu Hause. Und irgendwo müssen wir ja noch den Dieb finden. Der uns unseren... Ach, Scheibenhonig. Ich wollte da oben landen, weil ich da durch wollte. Aber eventuell kommen wir da von einer anderen Richtung ran. Ja, Entschuldigung. Keine Absicht. Ich mach so einen, müssen ich doch mal. Diesmal gebe ich mir richtige Mühe. So, genau. Aber jetzt müssen wir ja hier auch hoch. Gleich nehmen wir nicht den Schlitten. Keine Angst. Hui. Obwohl das richtig witzig war. Also ich find's ja witzig, wenn er so durch die Gegend jumpt. Genau, hier war der Schlitten. Ach, da kommen wir gar nicht lang. Wir kommen hier tatsächlich nicht lang. Und da kommen wir noch nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Ach, können wir da links auf der Wolke landen? Nee, ne? Komm da gar nicht lang. Mach das kaputt. Deswegen, wir kommen hier nur runter. Ist ja gemein. Ja, wir probieren's doch mal, ob ich da nicht vielleicht doch rechts ruckela komme. Wär ja gelacht, wenn wir das nicht könnten, ne? Nein, 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 nein. Lass mich hier drauf landen. Genau. Klein Mavi kann das. Sehr schön. Äh. Ja, Klein Mavi kann das. Ich hab'n bisschen vergessen, dass da der Wind schon kommt. So, deswegen hier hoch. Da hoch. Ui, ja. Fast. Nein. Warum weht der uns denn da runter? Ich hab' fast nur... Wir schaffen das. Ansonsten müssen wir echt gucken, ist ja woanders. Cool, cool, ich bin runtergefallen. Kommen wir über die Bäume? Ne, durch die Bäume kommen wir nicht. Bäume sind doof hier. Dann nicht. Danke, Elf, aber es hat uns leider nicht so viel gebracht, dass wir hier lang kommen. Warum auch immer. Ja, und was jetzt? Was machen wir jetzt? Weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, bist ein bisschen traurig, Mavi, nicht weiß. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Hm. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Boah, ist das ein langer Weg. Wahrscheinlich müssen wir unter der Erde durch. Tschüss, schöne Stadt. Hallo, Rockbottom. Aber hier durch die Erde kommen wir ja auch nicht mehr. Hm. Er war hat keinen Plan. Wir müssen doch den Mittensief überlisten. Aber wir wissen nicht, wie das geht. Hui. Ach komm, wir müssen da doch irgendwie den Weg lang schaffen. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nun wirklich nicht angehen. Und erst mal zurück. Mach du mirier. Wenn ihr euch gefällt, Okey nicht.